Musik Wir klären uns heute die Blumenelfen. Wir machen die Blumenelfen. Wir haben uns die Viererblume ausgesucht. Viererzahl ausgesucht. Die Blumenelfen wird jetzt alle zerlegen, oder? Mhm. Okay. Vier plus vier. Wo ist da jetzt der Unterschied? Dass da ein Nuller das Erste ist und bei mir ist ein Vierer das Erste. Das ist der Wierer. Und das ist der Wierer. Wie soll ich es tun? Wier ist das. Ein Spinderspiegel. In den Spinderspiegel. Die Wiererl ist ein Spinderspiegel. Und ein Spinderspiegel. Und ein Spinderspiegel. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt 1 plus 3 draufgebe, dann ist das Zusatz-Ergebnis 1 plus 3 ist gleich 4. Super. Und dann fängt nur noch die Rechnung. Was gibt es noch eine? Ja, 2, 3, plus 1. Das ist fast gleich, aber das ist wieder genauso wie das, dass das verschieden ist. Das wie da, dass da ein 4 ist und da 0 über ihr 0 und 4. Habt ihr es vertauscht? Mhm. Sondern ich musst jetzt das Vertauschungsgesetz haben. Danke. Bis zum nächsten Mal.